Bist du Kleinunternehmer und weißt nicht genau, was deine steuerlichen Pflichten sind? Dann bleib unbedingt dran. In diesem Video erfährst du, was du steuerlich beachten solltest. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontosteuerberatung. Und wenn du Kleinunternehmer bist, fragst du dich vielleicht, welche steuerlichen Pflichten du jetzt eigentlich hast. Die Frage ist natürlich schon einmal berechtigt. Wichtig an dieser Stelle ist aber zu wissen, dass die Kleinunternehmerregelung eine Regelung aus dem Umsatzsteuergesetz ist. Genauer gesagt von § 19 Umsatzsteuergesetz. Das heißt, die Kleinunternehmerregelung bezieht sich auch nur auf die Umsatzsteuer. Wenn wir uns die anderen Steuerarten anschauen, wie die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, dann unterscheidet dich nichts von einem anderen Unternehmer, der auch normal Umsatzsteuer abfüllt. Das heißt, für dich gelten die gleichen Rechte und Pflichten wie für jeden anderen Selbstständigen auch. Schauen wir uns doch einmal diese Steuerarten, die für dich als Kleinunternehmer relevant sind, im Detail an. Und da gibt es insgesamt drei. Einmal die Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer. Die Einkommensteuer ist die sogenannte Hauptsteuer, würde ich mal sagen, bei uns in Deutschland. Die Einkommensteuer ist immer die Steuererklärung, die auch alle Angestellten machen müssen. Das heißt eigentlich immer, wenn man davon spricht, dass man jetzt seine Steuererklärung macht, ist es meistens die Einkommensteuererklärung. In der Einkommensteuererklärung musst du alle deine Einkünfte zusammenrechnen. Das Einkommensteuergesetz kennt insgesamt sieben Einkunftsarten und zwei davon sind einmal die Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit oder selbstständiger Arbeit und das andere sind die Einkünfte aus Gewerbetätigkeit. Wenn du nicht genau weißt, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist, dann schau dir unbedingt das Video an, das ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Denn in dem Video gehe ich ganz im Detail darauf ein, wann du gewerblich oder freiberuflich tätig bist. Das ist hier aber für die Kleinunternehmerregelung erstmal egal. Du musst deine Einkünfte, das heißt deine Gewinne im Rahmen der Einkommensteuererklärung auch erklären. Das heißt aber auch, dass du laufend, unterjährig quasi eine Buchhaltung machen musst und einmal im Jahr dann die Anlage IÖR zu deiner Einkommensteuererklärung abgeben musst. Schauen wir uns als nächstes einmal die Gewerbesteuer an. Die Gewerbesteuer müssen in Deutschland nur Gewerbetreibende zahlen. Das heißt, wenn du freiberuflich tätig bist, das heißt, du hast dich, deine Tätigkeit als freiberuflich eingestuft und das Finanzamt ist damit auch fein, dann musst du keine Gewerbesteuer zahlen und musst auch keine Gewerbesteuererklärung abgeben. Wenn du allerdings gewerblich tätig bist, dann musst du eine Gewerbesteuererklärung abgeben und zumindest unter Umständen vielleicht auch Gewerbesteuer zahlen. Wichtig an dieser Stelle ist aber zu wissen, dass Einzelunternehmen und Personengesellschaften einen Freibetrag auf die Gewerbesteuer haben. Das heißt, du musst Gewerbesteuer erst dann bezahlen, wenn du über 24.500 € Gewinn pro Jahr liegst. Wenn du jetzt aufmerksam mitgedacht hast, fällt dir schon eins auf. Die Umsatzregelung für die Kleinunternehmerregelung liegt bei 22.000 € Umsatz. Die Gewinngrenze für die Gewerbesteuer liegt bei 24.500 € Gewinn. Und es ist relativ schwierig, mit 22.000 € Jahresumsatz 24.500 € Jahresgewinn zu machen. Das bedeutet, dass die allermeisten Kleinunternehmer natürlich unter der Gewinngrenze von der Gewerbesteuer liegen und so auch gar keine Gewerbesteuer zahlen müssen. Das befreit dich aber nicht von der Pflicht, eine Gewerbesteuererklärung abzugeben. Das heißt, du als Kleinunternehmer, wenn du gewerblich tätig bist, kannst dir eigentlich merken, dass du auf jeden Fall eine Gewerbesteuererklärung abgeben musst, du aber ziemlich sicher keine Gewerbesteuer zahlen musst. Bis hierhin war alles bei Kleinunternehmern genauso wie bei allen anderen Unternehmern auch. Das heißt, die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer sind wie bei allen Unternehmern. Die Besonderheit kommt jetzt bei der dritten Steuerart zu tragen und zwar bei der Umsatzsteuer, weil die Kleinunternehmerregelung ja eine rein umsatzsteuerrechtliche Regelung ist. Bei der Umsatzsteuer ist es nämlich so, dass du als Kleinunternehmer auf deinen Rechnungen ja gar keine Umsatzsteuer ausweist, du aber auch gar keine Umsatzsteuer geltend machen kannst, die dir in Rechnung gestellt wird. Das heißt, diese ganze Berechnung der Umsatzsteuer, das ganze System, damit hast du eigentlich gar nichts zu tun. Du musst keine Umsatzsteuervoranmeldung machen und so weiter. Andere Unternehmer müssen monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und damit auch monatlich oder quartalsweise ihre Buchhaltung erledigen. Das musst du als Kleinunternehmer nicht machen. Es reicht vollkommen, das einmal im Jahr zu machen und da kommen wir zum wichtigen Punkt. Du musst als Kleinunternehmer auch einmal im Jahr deine Umsatzsteuererklärung machen, genau wie alle anderen. Aber genauso wie bei der Gewerbesteuer heißt, dass du eine Erklärung machst, heißt ja nicht automatisch, dass du auch Umsatzsteuer zahlen musst. Warum ist das so? Das ist relativ logisch, wenn man sich einmal darüber nachdenkt, warum das vielleicht so sein könnte. Und zwar darfst du die Kleinunternehmerregelung ja nur dann in Anspruch nehmen, wenn du unter bestimmten Umsatzgrenzen bist. Wenn du nicht genau weißt, welche Umsatzgrenzen das sind, dann schau dir unbedingt das Video, das ich dir hier oben rechts verlinke, einmal an. Da gehe ich genau auf diese Umsatzgrenzen ein und wie sich das eigentlich alles mit der Kleinunternehmerregelung verhält. Und du musst zumindest unter diesen bestimmten Umsatzgrenzen sein. Und das Finanzamt kennt deinen Umsatz ja gar nicht. Du machst gar keine laufenden Meldungen an das Finanzamt. Das heißt, das Finanzamt muss irgendwann einmal mitgeteilt bekommen, wie hoch dein Umsatz eigentlich ist, damit es weiß, ob die Kleinunternehmerregelung überhaupt noch greifen kann. Und diese jährliche Mitteilung des Umsatzes passiert halt im Rahmen der Umsatzsteuererklärung. Und deswegen müssen auch Kleinunternehmer die Umsatzsteuererklärung machen. Wichtig aber für dich, Umsatzsteuer zahlen tatsächlich, nach der Erklärung musst du nicht. Wie du also siehst, sind die Vorschriften, die du als Kleinunternehmer hast, sehr, sehr vergleichbar mit den Regelungen, die jeder Selbstständige hat. Das heißt, du musst einmal im Jahr deine Einkommensteuererklärung machen, einmal im Jahr deine Umsatzsteuererklärung und gegebenenfalls, wenn du gewerbetreibend bist, deine Gewerbesteuererklärung. Das Ganze kannst du einmal im Jahr machen und zwar immer bis zum 31.07. des Folgejahres. Das heißt, die Steuererklärung für 2021 musst du bis zum 31.07.2022 abgeben. Wenn du aber einen Steuerberater hast, hat der ein bisschen länger Zeit, und zwar bis zum 28. Februar des übernächsten Jahres. Das heißt, die Steuererklärung 2021 muss von deinem Steuerberater erst bis zum 28.02.2023 abgegeben werden. Das heißt, Steuerberater haben einfach ein bisschen länger Zeit. Im Alltag, das heißt unterjährig, hast du allerdings als Kleinunternehmer weniger Arbeit, weil die Verpflichtung monatlich oder quartalsweise seine Buchhaltung zu machen, die kommt halt aus dem Umsatzsteuergesetz und die Umsatzsteuervoranmeldung, also die Pflicht Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, führen dann dazu, dass sich andere Selbstständige monatlich oder quartalsweise hinsetzen müssen für die Buchhaltung. Das musst du als Kleinunternehmer nicht machen. Bei dir reicht es vollkommen, wenn du unterjährig alle Unterlagen sammelst und dich einmal im Jahr hinsetzt und dann einfach deine Gewinnermittlung und deine Steuererklärung machst und fertig. Das heißt, du musst unterjährig deutlich weniger machen als andere Selbstständige. Aber nur, weil du unterjährig keine Buchhaltung machen musst, heißt es nicht, dass es besonders empfehlenswert ist, das ganze Thema vollständig auszuklammern unterjährig. Da kannst du nämlich durchaus in eine blöde Falle laufen. Und da gebe ich dir mal ein Beispiel. Und zwar, wenn du in einem Jahr über 22.000 € Umsatz machst, bist du im folgenden Jahr kein Kleinunternehmer mehr. Und dann musst du Umsatzsteuer ausweisen und zwar ab dem 01.01. Gehen wir also einmal davon aus, dass du im Jahr 2021 25.000 € Umsatz machst. Und du hast es dir zur Gewohnheit gemacht, dich im Juli hinzusetzen und deine Steuererklärung für das ganze Jahr zu machen. Das ist ja auch kein Problem. Du warst ja Kleinunternehmer und musst unterjährig gar keine Buchhaltung machen. Jetzt stellst du aber fest, am, keine Ahnung, zum Beispiel 25. Juli 2022, dass du in 2021 schon zu viel Umsatz gemacht hast und stellst fest, dass du eigentlich ab dem 01.01. schon hättest Umsatzsteuer ausweisen müssen und Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben müssen. Das ist echt ärgerlich, weil dann stehst du plötzlich da und musst Rechnungen korrigieren. Und zwar zwischen dem 01.01. und Ende Juli musst du alle Rechnungen nochmal neu machen und musst alle Umsatzsteuervoranmeldungen nachholen. Am unangenehmsten ist es, bei seinen Kunden anzurufen und ihnen zu erklären, warum man jetzt plötzlich eine korrigierte Rechnung schickt und dass man eventuell nochmal Umsatzsteuern nachfordern muss. Das ist echt ärgerlich und solltest du unbedingt vermeiden. Stimmt, du musst unterjährig keine Buchhaltung machen, aber bitte behalte einen Überblick über deine Umsätze. Immer dann, wenn du relativ nah an diese 22.000 € Umsatzgrenze kommst, solltest du genau schauen, weil es immer bedeuten könnte, dass du ab dem 01.01. des Folgejahres Umsatzsteuer ausweisen musst und eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst. Deswegen an meiner Stelle der dringende Appell, du musst unterjährig keine Buchhaltung machen, aber bitte behalte deine Umsätze im Blick, damit du weißt, wann du vielleicht eventuell kein Kleinunternehmer mehr bist. Und abschließend auch noch ein Tipp. Es gibt die Aufbewahrungspflicht für Buchhaltungsunterlagen und die beträgt zehn Jahre. Auch die gilt für dich. Das heißt, auch als Kleinunternehmer muss man seine Buchhaltungsunterlagen zehn Jahre aufbewahren. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hat dir als Kleinunternehmer so einen groben Überblick darüber gegeben, welche Steuererklärung du so abgeben musst. Wenn du dir jetzt denkst, ach, Steuern ist irgendwie ein nerviges Thema, ich hätte lieber irgendjemanden, der sich darum kümmert und ich will damit gar nichts zu tun haben, ich würde das Ganze gerne an den Steuerberater oder Buchhalter abgeben, dann muss ich dir sagen, wir sind wahrscheinlich die Richtigen für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und betreuen auch viele Kleinunternehmer. Das heißt, wir kennen uns mit dem Thema wirklich gut aus. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbei. Wie du dich anmelden kannst, was die Inhalte sind und so weiter, das erfährst du alles in diesem Video. Oder schau dir unsere weiteren Videos an zur Kleinunternehmerregelung. Eins findest du z.B. hier. Im Detail an. Wir reden da. Bläh.